Kurz vor Heiligabend, unser 23. Tütchen wartet auf uns. Ich schaue mal, was da drinnen ist. Das ist was richtig Gutes. Das sind italienische Spezialitäten, die bekommen wir direkt aus Parma geliefert. Wir haben hier einmal unseren Parmaschinken und unseren Coppa. Also das ist eine Pancetta Super Copata, wenn ihr es genau wissen wollt. Ich zeige euch das jetzt mal. Das ist ein Schweinehals, der wird aus einer Side of Pore praktisch gemacht und da haben wir hier den Schweinehals und außenrum wird dann der Pancetta, also der Bauch, gerollt. Das Ganze wird dann luftgetrocknet und gereift und das Ganze schmeckt dann supergeil. Unser Original Parmaschinken schmeckt nicht so wie der normale Parmaschinken, so ein bisschen ranzig, sondern richtig geil, genauso wie es sein muss. Und ich probiere jetzt gleich mal, weil ich freue mich umso mehr aufs Weihnachts-Special morgen. Da habe ich schon richtig Appetit drauf. Ich hoffe ihr auch, weil das wird nämlich der Ober-Ober-Superknaller. Deswegen vergesst nicht, abonnieren, Glocke drücken und dann seid ihr morgen beim Weihnachts-Special dabei. Und dann wünsche ich euch schon mal frohe Weihnachten und einen schönen Heiligabend. Bis dahin. Servus. upa- Untertitelung des ZDF, 2020